Die Verwendung von H2 zum Antrieb von Transportfahrzeugen in naher Zukunft könnte die von ihnen verursachten CO2-Emissionen vollständig stoppen. Die Einführung von Wasserstoff-Brennstoffzellen zum Antrieb schwerer Nutzfahrzeuge könnte die von ihnen verursachten Kohlendioxid-Emissionen vollständig eliminieren, so die Vertretung von Hydrogen Mobility Island, HMI. Die repräsentative Organisation veröffentlichte die Vorhersage in einem kürzlich veröffentlichten White Paper. Das White Paper wurde als Reaktion auf eine Entscheidung der Regierung dieses Landes erstellt, eine öffentliche Konsultation zur Entwicklung einer nationalen Strategie für grüne Wasserstoff-Brennstoffzellen einzuleiten. Es wurde zusammen mit einer Forschungsarbeit über die Vorteile der Verwendung von erneuerbarem H2 veröffentlicht, HMI sagte über sein White Paper, dass es zeigt, wie der Fortschritt anderer europäischer Länder eine nützliche Vorlage für Irland liefern kann, da es versucht, seine eigene Strategie für den Einsatz von grünem Wasserstoff im öffentlichen und privaten Verkehr zu entwickeln. H2 ist auf EU-Ebene zugelassen. Sowohl Portugal als auch Frankreich haben 7 Milliarden Euro für H2-Produktionsprojekte bereitgestellt. Darüber hinaus hat Deutschland weitere 8 Milliarden Euro für seine eigene nationale H2-Strategie bereitgestellt. Das Vereinigte Königreich hat 30 Millionen Pfund an Zuschüssen für die Herstellung von 124 H2-betriebenen Bussen für den Einsatz in Birmingham bereitgestellt. Es hat auch einen Zuschuss von 11,2 Millionen Pfund für die Entwicklung einer kostengünstigen Technologie für den Antrieb von Bussen mit H2 eingeführt. Laut HMI würde eine Investition von proportionaler Größe für Irland Wasserstoff-Brennstoffzellen abdecken. Im White Paper von HMI heißt es, dass eine Investition in H2, die proportional zur Größe Irlands und der dortigen Pendlerbevölkerung ist, bis zum Ende des Jahrzehnts 6000 H2, betriebene Fahrzeuge auf die Straßen bringen würde. Ich freue mich, zusammen mit Verkehrsminister Eamon Ryan an der Vorstellung des Weißbruchs und des Strategiepapiers von HMI zu den Vorteilen von Wasserstoff teilzunehmen, sagte Jonathan Hogan, HMI-Geschäftsführer. Die Strategiepapiere von HMI zeigen, dass die Produktion von grünem Wasserstoff in großem Maßstab Irland dabei unterstützen wird, seine CO2-Emissionen im Transportwesen und in anderen Branchen zu reduzieren, während gleichzeitig erhebliche Möglichkeiten für regionale Beschäftigung geschaffen und die grüne Wirtschaft angekurbelt werden. Im Kontext der ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele, die sowohl im Klimaschutzplan 2021 als auch im FIT, vor 55, Paket der EU skizziert wurden, und angesichts geopolitischer Überlegungen war die Notwendigkeit, Irlands Energieversorgung zu diversifizieren und zu sichern, noch nie so offensichtlich. Die Umstellung auf sauberere und umweltfreundlichere Technologien ist entscheidend, wenn wir den CO2-Fußabdruck unseres öffentlichen Verkehrssystems verringern wollen, und die Prüfung aller verfügbaren Technologien ist unerlässlich, fügte Eamon Wyan, Transport- und Umweltminister, hinzu, als er das Potenzial von Wasserstoff-Brennstoffzellen diskutierte Irland. Vielen Dank für das Folgen von Hydrogen-Pionics. Stellen Sie sicher, dass Sie auf Abonnieren, klicken und auf den Link in der Beschreibung klicken, um unser kostenloses E-Book zu erhalten.